Beliebt sind ja auf solchen Messen auch immer wieder Gewinnspiele. Hier ist es so, dass wenn man vier verschiedene Stände besucht hat, kann man hier am Stand der OEA was gewinnen. Dazu gibt es eine ganz witzige Sache, wenn man nämlich auf der einen Seite seinen Schein abgibt, bekommt man diese kleine Karte. Und auf dieser kleinen Karte sind drei verschiedene Balken zu sehen. Das Spannende jetzt daran ist nicht, dass da Balken zu sehen ist, sondern dass das im Prinzip eine Art ja NFC-Empfänger ist. Das heißt also, ich gehe jetzt gleich hier an dieses Gerät ran, hier an diesen kleinen Sender da von PolyIC und lege jetzt diese Gewinnspielkarte da drauf. Und dann gucken wir, ob irgendwas passiert. So, und ich muss auf den Knopf drücken. Und wir sehen, ich habe jetzt auf meine Karte geguckt. Ich habe einen Balken und bekomme wahrscheinlich ein Tütchen Gummibärchen. So schön kann das Leben sein. Aber wir haben gesehen, man sieht es auf dieser kleinen Karte. Sieht man das? In der Kamera, wunderbar. Man sieht auf der kleinen Karte, da ist ein Balken. Und dass dann dementsprechend das über NFC, das heißt ohne großartigen Strom oder stromaktive Stromzuführung, dann dementsprechend dieses kleine Gewinnspiel machbar ist. Kleines Gizmo, aber ganz gut, um zu demonstrieren, was geht.